Christian Gebert ist ein deutscher Schauspieler, Manneken und Regisseur, Leben und Karriere. Chris Gebert besuchte von 2002 bis 2006 die Arturo-Schauspielschule in Köln. Während dieser Zeit absolvierte er zusätzlich zwei Jahre eine Tanz- und Gesangsausbildung. In seiner Freizeit betreibt er diverse Sportarten wie ZB, Fitness, Leichtathletik und verschiedene Ballsportarten. Neben einigen Gastauftritten im deutschen Fernsehen spielt Chris Gebert von November 2010 bis April 2012 in der Telenovela Anna und die Liebe den homosexuellen Assistenten Vision. Dies ist nach eigenen Aussagen sein erstes großes TV-Engagement. Zudem war er im dritten Vorspann der Telenovela zu sehen. Gebert spielte auch in einigen Theaterstücken mit. Mit dem Stück auf dem Campingplatz unter der Regie von Andrew Barthwell tourte er 2010 durch England. Filmografie 2006 zu 2007 Unter uns 2006 Alles was zählt 2006 Angezählt 2007 Jakobs Bruder 2007 Brüder im Herrn 2007 Evelin 2007 Mein Leben und ich 2008 112 Sie retten dein Leben 2008 Vier Singles 2009 Herbstflattern 2010 zu 2012 Anna und die Liebe 2012 Colette Theater 2003 Pauls Club Kölner Theater Nacht 2003 Kreta Arturo Theater Köln 2004 Die Familie Schroffenstein Arturo Theater Köln 2004 Vorher Nachher Arturo Theater Köln 2004 Mr. Pilks Irrenhaus Kölner Theater Nacht 2005 Im Weißen Rössel Seebühne Blankenheim 2005 Gefängnis Bauturm Theater Köln Bauturm Theater Köln Das Genie Bauturm Theater Köln 2005 Freier Wille Ware Triebe Bauturm Theater Köln 2006 Ein Monat auf dem Lande Prinzregent Theater Bochum 2007 Die Kaktusblüte Theater Neu-Ulm 2008 Ganze Kerle Theater Neu-Ulm 2009 Drei Taler Märchen Astrid Lindgren Bühne Berlin 2010 Auf dem Campingplatz Tournee durch England Tand Der Klinz An der Köln Bauturm ym